So, wir müssen jetzt nämlich erstmal was verkaufen. Wir verkaufen. Wie viel Gold hast du denn überhaupt noch reinstecken? 789, na das sollte reichen. Ähm, meine Pilzstiefel. Jetzt ist natürlich die Frage. Ne, ich behalte die erstmal noch. Aber hier. Zweihänder kann ich grad nicht gebrauchen. Pfeiler auch nicht. Eisenschwert der Glut. Ah, wobei, das könnte ich vielleicht meine Dings geben. Dann haben wir hier noch eine Iron Battle Axe. Und noch ein Dings. Steel War Pick. Okay. Mal gucken, haben wir noch irgendein Blatzeug, was wir nicht brauchen? Was ich so aus Versehen aufgenommen habe. Ach, das ist jetzt hier alles wahrscheinlich so, ähm. Ja, ihr wisst schon. So, Zeug halt. Handwerksmaterialien. Ähm. Ich dachte, dass ich irgendwo so ein Zeug aufgenommen habe, was ich aus Versehen nur aufgenommen habe. Ich weiß nicht, hier ist das Werkzeug an. Gift, Buch, Gift, Edelstein. Überreste. Ach, siehst du hier, weg damit. Ach, Moment, ich kann ja mal sortieren. Das ist ja meine Idee. Ausdauer. Barenbuch, Diadem, Dietrich versus Skull. Ja, sowas kannst du euch weg. Essen. Essen ist immer gut. Füße. Und Getränke, Gifte, Haut. Holz, Axt, Hände. Kopf, Körper, Leder, Magiker, Notiz. Ach, die können wir uns gleich mal angucken. Schriftrolle, Schwert. Seelenstein, Streit, Kolben, Trank, Werkzeug, Zauberbuch, Zeug. Closes Iron, Zeug. Ja, also weg damit. Zutaten. Okay. Aha. So. Notiz, wo ist er denn? Ach so. Genau. Das war hier, ne? Nun, Dietz da. Lesen. Bounty. By honor of Balgrove the Greater. To all able-bodied men and women of Weislauf, the bandits located in Lager Stehender Strom have been harassing, robbing and attacking citizens and visitors. A reward will be offended to anyone who kill the leader Proventus Aveniki. Aha. Okay, das ist so ein Auftragsmord. Kopfgeld. Alles klar. Ja, du machst... Doch, du machst immer noch die komischen Geräusche nur, dass... Ach, du kochst? Ich bin direkt hinter euch. Äh... Magst du kurz zur Seite gehen? Das ist... Bin immer noch da. Ja, ja. Ich will den Kochtopf. Ich will den Kochtopf. Ihr seid ein junger Mann. Lasst euch mal wieder sehen. Sag mal... Ich bin doch hier nicht... Ich möchte nur... Na, geh weg doch. Gehst du da weg. Mein... Ich möchte den Kochtopf benutzen. Hm... So. Hm. Guck, vielleicht können wir irgendwas wieder herstellen. Natürlich nicht. Alles umsonst. So. Dann haben wir jetzt wohl... Wow. Wo? What the fuck? Wieso komme ich hier raus und es gewittert erstmal? Übrigens, das Pferd ist weg. Was hier immer rumstand. Ha. Okay. Wir sagen, lass uns dieses kleine Dörfchen hier verlassen. Wobei, wir könnten nochmal... Nee. Eigentlich auch nicht. Aber doch... Warte mal. Wir müssen zu dem... Nee, wir müssen zu dem... Nicht zu dem Baden, sondern zu dem anderen... Quest. Talk to Jarl of Whiterun. Nee, da sind wir noch nicht. Tüte tritt... Blöpp. Sprich mit Feendal. Das nennen wir mal raus. So. Feendal. Feendal, mein Freund. Ich habe es getan. Ich habe für dich gelogen. Da bist du ja. Gebt mir sofort Bescheid, wenn ihr Camilla den Brief gegeben habt. Ich glaube nicht, dass Camilla weiterhin ihre Zeit mit Sven verbringen wird. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Bitte nehmt das. Es ist etwas Gold, das ich mir durch die Arbeit in der Mühle angespart habe. 25 Gold. Naja, das ist jetzt nicht aber, ne? Also gut. Michelle, bist du bereit weiter zu laufen? Ich werde ein bisschen hier raus aus diesem... Ort. Ja, die schlafen hier nämlich fast allein. Wir haben jetzt 10.58 Uhr. Bis zum... Nachmittag möchte ich... ...zumindest ein neues Gebiet... ...erreicht haben. Wie viel Gold haben wir denn jetzt eigentlich? 1658? Ja, dann kann man schon leben. Guck mal, Blumen! Die man wieder nicht pflücken kann. Aber die, oder? Ihr Distel! Was passen wir da unten? Michelle? Ich wollte jetzt nicht baden gehen. Na, dann kommst du halt da drüben wieder raus. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du! Ähm... Komm doch hier raus! Aber du könntest... Hast eigentlich recht, wa? Eigentlich könnte ich ja auch mal hier rein. Vielleicht... Vielleicht... Uh, hier ist eine Strömung! Uuuuuh! Okay. Nein, lass uns weiter gehen. Ähm... Wir müssen aber noch eine Quest aktivieren. Talk to Jarl of Whiterun. Talk to Alvor in Riverwood. Achso, das haben wir abgeschlossen. Erkunde die Barnake, begibt sich zu... Bla, bla, bla... Spricht mit Aventus... Ne, wir machen jetzt erstmal hier Talk to. Ich höre, du bist hinter mir mit deinen komischen Geräuschen. Aber es redet zum Glück noch nicht, ne? Es ist nur ein Gewitter, oder? Lass uns einfach laufen. Laufen soll gesund sein. Lass uns einfach laufen. Ah, gucke mal, da hinten! Siehst du das? Ich glaube, wir sollten uns... ...ein trockenes Plätzchen suchen. Hopp! Nein! Oh, er hat gerade einen bösen Hänger gehabt. Jetzt haben wir... Uh, was ist denn das da für einer? Michelle, bist du hier? Was lässt du dich denn da so hängen, da hinten? Komm! Oh! Oh! Ah, ich mach mit! Ich hab einfach mal mitgemacht. Wer seid ihr? Was? Ähm... Was ist dein Schild, Bruder? Nein. Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Herr der Ringe. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Ja, und äh... Das klingt nach reiner Zeitverschwendung. Kann ich euch... Kann ich euch beitreten? Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kotlak Weißmähne oben in Yorvaska reden. Yorvaska! Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Naja, okay, und noch eine Sidequest. Ist ja nicht so, dass... Ah, guck mal, durchsuchen diese. Skyforge Steel Arrow. Ähm... Pfeile. Du hast doch Pfeile, oder? Komm, ich geb dir mal den. Ich bin direkt hinter euch. Ähm... Was soll ich nehmen? Warte. Skyforge. Dann mal los. Okay. Das war jetzt nur der Pfeil und der hat den Köcher noch. Tschüss. Okay. Ähm... Wir gehen jetzt trotzdem erstmal da hoch. Bevor wir... uns... da drüben dann umsehen. Na, wer bist du denn? Da steht ein Pferd. Oh. Reden. Skullvar. Sablehild. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Okay. Kann ich ein Pferd kaufen? Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Kommt auf an. Hier ist mein Angebot. 1.000... Goldstücke. Wenn ich's möchte... Äh... Klar. Warum nicht? Es ist das mit dem Satten. Lass mich raten. Das, was da drinnen gerade rumläuft. Ähm... Wie alt sind eigentlich eure Pferde? Keines von ihnen ist älter als neun. Und das jüngste ist sechs. Das Pferd, das ich im Angebot habe, ist sieben Jahre alt, aber in guter Verfassung. Und es hat viel Temperament. Wir haben ihr den Namen Königin Alfsigre gegeben, oder kurz Ali. Ihr könnt sie aber nennen, wie ihr wollt, sobald sie euch gehört. Okay. Und ähm... Ein Signalhorn. Ich möchte ein Signalhorn kaufen. Das nordische Horn bitte. 500 Gold. Das kaiserliche Horn bitte. 500 Gold. Ich hatte harte Zeiten. Vielleicht später. Ähm... Ja komm, wir... Was... Was soll's. Vielen Dank. Hier. Das ist für euch. Kann ich gegen ein kaiserliches Horn tauschen? Nein, will ich nicht. Reiten schnell wie der Wind. Oh, ja. Na, mein Hübscher? Reiten. Ein Pferd von Kilt. Ah, wie das anhört. Hüah! Oh. Und... Du? Magst du vielleicht mit aufsteigen? Was? Was ist das denn da rum für eine Meldung? Komfortable Pferdefraktionsbeziehungen werden aktualisiert. Aha. Du musst laufen. Gibt's da nicht ne... Einstellung? Moment. Ich muss immer grad gucken hier. Bla bla bla. Kann... Das ist doch das, ne? Hab ich doch mal irgendwas gelesen. Konfigurations... Kraft... Versteckt. Äh, ja. Verschiedenes. Folgen- und Flüsteranimation. Ach, das ist ne Flüster... Berittende Kampfkamera. Autokorrektur. Deaktiviere Pferde... Rufquest überschreiten. Okay, was auch immer das ist. Schnelles Absitzen im Kampf. Kombiniere... Reden... Bla 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 bla. Guck mal hier. Gefolgsleute. Guck mal ganz kurz rein hier. Pferdeinventar wieder herstellen. Zugriffsart des Inventars. Reisen. Kraglastwimmit. Kampfverhalten. Tollkühlen. Ne. Fährt folgt dem Spieler. Oh, das ist cool. Folgemodus clever. Distanz. Zusatzscharen der Reitattacke. Pferderüstung. Oh, cool. Nord. Ja, wo soll man das gebracht hat jetzt? Schutzmodus. Kein Schutz. Unentbehrlich. Unentbehrlich. Unverwund. Ah, ne. Das wollen wir ja nicht. Pferderufeinstellung. Delta. Bildschirm... Trübung. Der Bildschirm wird sich kurz schwarz einfermen, um den Teleportationsfeld zu ver... Ne. Begleiter werden eine Delta einnehmen, wenn der Spieler im Gruppen fährt. Ähm, ja. Was auch immer. Begleiter-Fair. Ja. Reiteinstellung. Reiten bevorzugen. Achter. Ich hab keine Ahnung, ob das jetzt... Inwieweit das jetzt da eigentlich so, ähm, ins Spiel eingreift. Aber ich denk mal, das sind einfach... Jetzt Sache, sag mal... Ja, kann man ruhig mal machen. Ähm. Dynamische Geschwindigkeit. Dynamische Geschwindigkeit ermöglicht, dass den Begleitern ihre Geschwindigkeit, der Distanz zum Spieler anzupassen. Und ermöglicht, so schneller zum Spieler aufschließen zu können. Aber warum nicht? Rüstungsauswahl pro Begleiter. Ja. Optikauswahl pro Begleiter. Was heißt das eigentlich? Schaltet um, ob die Optik für Begleiterfälle global oder individuell, indem man den Begleiter anspricht, sein soll. Ähm. Ja. Plündern? Ne, das lassen wir auch so. Ah, guck mal hier. Cool. Ja, nicht schlecht. Hat natürlich gleich noch ein bisschen mehr Stil. So, auf geht's. Helmsklamm. Äh. Nein. Weiß. Weiß. Lauf. Ganz schön. Gut genährt, die Pferdchen hier. So. Kann man hier reinreiten? Äh. Naja. Oh. Entschuldigung. Das heißt, wir müssen jetzt hier abstreigen. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Ähm. Flusswald bittet den Jarl um Beistand. I have news from Helgen about the dragon attack. Äh, will this change your mind? Und... Tretet beiseite einschüchtern. Naja. Flusswald ist auch in Gefahr? Ja. Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Geht doch! Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eines dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Äh, was ist das denn hier? Pfeifen, Pfeifen oder Pfeife? Was? Ich weiß nicht, wie man pfeift. Nur mein Mund war trocken. Und das soll ich euch glauben? Pfeifen, Pfeifen. Lass das sein! Ist ja gut! Mit Banditen komme ich gut zurecht. Aber Drachen? Die Welt ist verrückt. Missachtet das Gesetz. Und ihr missachtet mich. Ah, das habe ich aber Angst. Öffnen, White Run. Und wir haben einen epischen Ladebildschirm. Oh, da gibt es jetzt wahrscheinlich viel zu laden. Ist wahrscheinlich sowas wie so eine Großstadt oder so. Ohlala! Weißlauf entdeckt! Okay! Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt sicher... Ähm, uns... ...weiß. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Okay. Ich kann so eine große Bestellung... Ich kann so eine große Bestellung nicht alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmantel. Außerdem würden die Graumähnen niemals steil für die Armee herstehen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Ah! Okay, da gibt es ein paar Unstimmigkeiten hier. Okay, dann... Wie gesagt, bevor wir jetzt hier rumgucken und uns mit der Stadt vertraut machen... Ich denke mal, hier gibt es wahrscheinlich sehr viel zu... ...zum gucken und zum quatschen und zum keine Ahnung was. Ähm... Machen wir eine kleine Pause... ...und... ...hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann!